Willkommen zurück, zum Dead by Daylight. Ich habe die Beiträge. Letzte Folge war ich ein Killer und jetzt bin ich ein Überlebender. Ich hoffe, ich kann es da besser, als ein Killer zu sein. Ich bin schon bereit dafür. Ja, die anderen müssen auch noch auf der Reihe drücken. Ja, komm schon. Na komm. Geht doch. Geht aber schneller. Das heißt, das ist Überleben. Das geht nicht mehr. Oder einfach irgendwo stehen. Weil da läuft ja so und so wieder rum. Wenn dann die Türen offen sind, gehe ich einfach raus, spaziere ich einfach raus. Aber das ist ein Plan, der nicht funktionieren wird. Schrottplatz. Mal wieder. Wie gesagt, mal Kapitel 2. Eines Horrorfilms. Nee, ne. Hä? Hat er mich schon oder was? Na er hat mich schon. Nein! In der Ruhe. Gut, ich bin nicht derjenige, der gerade gekillt wird. Schon mal gut. Zu wissen. Oh nein! Halt doch mal die Klappe, Mann! Da! Oh nein, 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 nein! Lass mir nur Ruhe, lass mir nur Ruhe, lass mir nur Ruhe! Geh mir vor ein Pelz, gehst mir in die Ruhe! Die anderen töten, nicht mich! Hallo! Das ist doch nicht von dir. Beeil dich! Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich! Vielen Dank! Ich helfe dir nicht mehr, ich helfe dir nicht ein. Das ist mir auch nicht geholfen, das letzte Dingszimmer ist mir auch nicht geholfen. Da werden wir auch nicht helfen, derjenige, was der eine gerade bei mir geholfen hat. Ja, der ist tot. Ne, das kann ja gehen. Da wurde geholfen. Ihm wurde geholfen. Ich werde geholfen. Ich habe einen Klauerm, der bei mir sind. Ich habe mich nicht in meinem Klauerm, einen Schmerzen, dass mein Klauerm ist dabei. Ich tehr Chen, muss mich nicht in der Klauerm mit Antik'in. Wir haben einen Klauerm, der der Klauerm stöhnen. Für mich ist es aufzuhalten. Der Klauerm, der Klauerm, der der Klauerm, ist hier nicht geholfen. Nein, 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 das fällt in unser Leben. Nein, 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 nein. Jetzt wird's mal die Farge herkommen. Oh, oh, oh. Nein, nein, ich will nicht sterben. Ich werde so nicht gejagt, aber ich werde gejagt. Ich werde so nicht gejagt. Ich werde so nicht gejagt, aber ich werde so nicht gejagt. Ich werde so nicht gejagt, aber ich werde so nicht gejagt. Nein! 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 Ich will nicht! Nein! 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 Ich will nicht! Nein! 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 kleiner Penner, du, 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 Mischstück, du. Verrecke, verrecke. Du, kleines Mischstück, du, du wirst sterben. Da ist er. Stirb, stirb. Hinter dir. Wenigstens wäre er nicht letzter, ne? Also, ich bin ja eigentlich vorletzter gestorben. Also, nicht vorletzter? Werde ich da vorletzter? Er ist drittletzter gestorben. Also, wir sind zweiter. Oh, oh, oh. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe es nur. Du bist echt eine feige Sau. Was ist eine feige Sau? Was bist du? Was hast du davon? Was alleine bist? Was ist eine feige Sau? Was ist eine feige Sau? Was ist eine feige Sau? Kannst du nicht einmal sterben? Junge. Leider, 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 leider. Ja, wies, äh. Ja. Der, der Ass hilft, hat er gehabt. Der, 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 der. Das ist eine feige Sau. Vielen Dank. Stirb doch endlich mal. Bleib nur stehen, du Idiot. Ah, da tobe, kao tog tosad. laut genau unter in den Rhein und drauf das war's dann für den für diese Folge bei solchem Spiel müsste man eigentlich zusammenhalten ich bin dritter nicht letzter äh ja letzter ja ich muss zusammenhalten war wieder aufregend das Spiel was nicht doch aber kann man spielen bis zur nächsten Folge